Ich bekomme dein Schiff. Ich bekomme deine Waffen. Ich bekomme alles. Und was bekomme ich dafür? Die Karten sind neu gemischt. Weniger als zwei Tagen werde ich hier wieder Käpt'n sein. Ihr müsst euch selbst fragen, wem ihr die Treue haltet. Doch der Kampf geht weiter. Hat jemand Lust auf eine kleine Jagd? Um die Heimat... Ich kann diese ganze Bucht in einen Friedhof verwandeln. Und um den größten Schatz aller Zeiten. Das Gold hat noch immer Priorität. Die schwarzen Fahnen wehen wieder. Black Sails, die zweite Staffel der spektakulären US-Serie zum ersten Mal im deutschen Free-TV. Ab Freitag, 20.15 Uhr auf ProSiebenMax.